... Das war das Rantz! Wie hat es euch gefallen bei dem Peter? Sehr gut. Sehr gut, gell? Es ist grutschig, aber es geht schon schwer für die Zuschauer. Eben, für die Zuschauer sieht es gut aus, ja? Nein, das war heute total gut. Doch, das war heute. Das war heute. Das war heute. Das war heute. Scheisse hier! Das war heute. Das war heute. Das war heute. Das war heute. Ilka. Go, 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 go! Oh, der Wohlderböde! Oh, Wohlderböde! Ist das der Staubab? Top 1 Töte Inflation Söte vah influence Ja, ich bin fix und fertig. Richtig geil. Wie gesagt, ich liebe Regenwetter, ja? Da ist die Straße erst so richtig, da ist schon erst so richtig. Und das waren die richtigen Raufen. Ja, diese anderen waren auch richtig, nur ich habe das Gefühl, dass die besser sind. Ja, ich habe letztes Jahr so heiß gehabt. Die sind die von vorigen Jahren. Die von vorigen Jahren. Ja, die sind wieder die selber, oder? Die sind die selber. Ja, die haben wir letztes Jahr schon drüber geäbt gehabt haben. Ja, die sind super und die anderen sind auch super, aber die sind halt für einen loseren Untergrund und dann ist das gar so weit. Das sind die, glaube ich, besser. Ich glaube, das war die einzige Entscheidung. Ja, der hat eine Panne. Was war das? Ja, der hat mich hier gemacht. Ja. Das war's mit dem Autofahrers. Aber es war das, was hier noch nicht, ich weiß nicht. Ist ja allein mit der Plastüchung. Ja, jetzt man. Es war jetzt klar. Wie sagt man, wenn der Plastüchung ist, mühntatlich? Und dann passt, ja. Und dann bleibt das Plan, ja, ja. ein Alfa Romeo ein Alfa Romeo jawoll 2002er BMW ok ja ok, das sind die letzte Größe ja ja go 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 Funk aber nicht war Schnell 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 Untertitelung des ZDF, 2020